Ist das nicht schön. Schau mal die Augen. Die Besonderheit an so einem Bart kommt zuerst Apfel und Bart aktiv. Das heißt ja ja ausschließlich. Und alles. Zurück zu unserem Uhu. Soll ich ein Uhu-Jab. Immerhin in der Abend oder in der Morgen, genau. Und bei Ordnung seiner Beuteltiere verlässt er sich dann vielfach nur auf sein gutes Um. Ich seid ja auch ganz bewusst, wir möchten das zeigen. Bleibt immer abzuwarten, ob unsere Greifvogel heute alle so mitmachen, wie wir es gerne von ihnen hätten. Zum einen so, dass er keine Maschinen die auf dem Punkt funktionieren. Zum anderen können und wollen wir bei der Ausbildung auch keinerlei Druck auf den Greifvogel ausbiegen, wie man das vielleicht von der Ausbildung bei Pferd oder Hund erkennt. Ein Greifvogel würde das nicht verstehen, nicht akzeptieren aber das ist der Adler, der zum Fuchs kommt. Da! Da kommt er! Oh! Wow! Wow! Das ist cool! Ist das nicht schön langer? Das ist eine Spannweite von etwa 80 cm. Das ist wie ein Flugzeug! Ja! Jetzt hat er! Super! Das ist die nächste Malmögen. Haben sie schon darüber nachden kann, das war die Schöne, die Schöne haben. Darin ist das eine G Sim, die Krim der Krim der Krim der Krim, das war die Karrieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben einen Seeadler, der sich überwiegend vom Fischfacken ernährt. Das ist durchaus unterlagen, um den Fischfacken zu fliegen, um aus dem Wasser herauszureißen und in die Schrift zu fliegen. Und wenn die Flieger ganz dicht über die Wasseroberfläche streichen und Fische, die sich knapp darunter auffalten, herausgreifen. Und wie elegant so ein Schreiseeadler fischen kann, möchten wir hier natürlich auch mal zeigen. Fertig? Bist du fertig? So, elegante Fischbüren. Das ist noch Wasser, wie es da runterfällt. Ganz frisch haben wir letztes Jahr im Oktober erst geleckt. Ach, hast du deinen Fisch verloren? Ja, aber der Fischerhoferadler hat gewonnen. Schreiseader erreichen viel Spannweiten bis zu 1,80 Meter. Körpergewicht dabei bis zu 2,5 Kilogramm. Weil er oft schreit. So, und nachdem er unsere Schreisead hat. So wahnsinnig gerne fischt. Ja, und der eine oder andere Fotograf, den finden wir vielleicht noch nicht am Auslöser hatte. Fertig? Startposition. Das ist schon mal, wie ihr beobachtet Langer. So, die beobachtet da oben. So. Startposition. Hehehe. Ein sehr begeisterter Fischer, wie man sieht. Ein sehr begeisterter Fischer, wie man sieht. Dabei ein Körpergewicht von 3 bis zu 6 Kilogramm. Ja, diese Weißkopfschule haben also schon eine ziemlich Odyssee hinter sich. 1881 gab es nur die Rundbeschlüsse aus einigen kanadischen, aber auch nördamerikanischen Provinzen. Von dieser Zeitkomplett wurde dann für jeden dieser Adler ein Bolanchos-Präger gesagt. Später waren durch die Kestizidbelastung in den 50er und 80er Jahren diese Adler an den Rand des Auslands gebracht. 1974, oder? Oder wahlweise zwei Eltern. Oje. Irgendwie ist da nicht die Hefte immer größer. Ihr fräst nicht lange. Nein, weder das eine noch das andere. Schmutzgeier ist also der kleinste Sanzier in Europa der Heimat. Ältere Leute wie die Oma. Einbeutig Spezialist. Ich habe also hier in meiner Hand ein handelsügliches Bio in ein Ei. Und der Schmutzgeier würde wahnsinnig gerne den Ei halt fressen. Durch die Krümmung seines Schnabels ist er aber leider nicht in der Lage dieses Ei aufzupicken. Ja, jetzt bleibt also nachzuwarten welche Technik so ein Schmutzgeier entwickelt, um das Ei hier zu öffnen. Bio-Ei. So. Manchmal kreist er über dem Publikum. Schmutzgeier lässt es einfach fallen. Das sieht immer nicht spaßig aus. In freier Wildbahn. Mit Rinds und Schmutzgeier sehr gerne Flaminos oder Pelikane. Solange man die Lege bisst, ihre Eier verlassen. Schmutzgeier nimmt die Eier einfach in den Stabeln. Wirft die um sich. Bevorzugt auch in einem harten Untergrund, bis sie in Verbruch gehen und in aller Ruhe einen Hals fressen kann. Schmutzgeier auf der Suche nach hartem Untergrund. Bevorzugt Knieschein. Auf der Wiese braucht man natürlich ein kleines technisches Hilfsmittel. Aber ich finde auch dabei einen Stein. Stein. So richtig Eile hat ein Geierzeit seines Lebens natürlich nicht. Und die Wiese ist ganz schön leicht. He also stinkt es also gar wieder hoch. He likes to break the egg langer. Jetzt, noch he found the stone. Ist das ein echtes? Das ist ein gekochte. Wo hast du das denn wieder? Wir haben eine Kamera leider nicht heute. Das war jetzt ein Volltreffer und schon kann er rein. Seine afrikanische Art ist nicht verloren. Daher noch dieser Schirm war mühelos ist. So wird es ein Schwarzmühlein. Die Begreifung war auf weiteren Illustriertungsprogramm. Nächster Reifflug ist wiederum ein jählendes Offen des Luftraums im Wanderfall. Diese langen Falken sind in Italien. Die allergrün? Der Waldschirm. Geier. Da? Da ist der Name. Schau. 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 Schau mal. Schau. Schau mal. Schau mal. Schau mal die Grauen. Schau mal die Grauen. Da haben wir von den Wursten. Reißte die Wursten. So genau. Sollte die Ehre an die Fickshäuser. Schau mal die Grauen. Schau mal die Grauen. Schau mal die Grauen. Schau mal die Grauen. Schau mal die Bahnen. Schau mal die Grauen. Der ist schon weg. Schau mal die Grauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ...durch das Inselvorkommen dieser Mönchgeier, mittlerweile auf der Insel Neuköllner nach dem Ort. Die Mönchgeier sind fast fast gestorben worden. Es gibt mittlerweile wieder etwa 180 Exemplare, also 36 Bluthare. Und das Rekord nach fünf Jahren... Das ist doch! Der hat schon mal deinen Hund drüber gelogen. Steigen Sie uns die Deier-Begang so aus. Da verteilen Sie die Flecken. Ich denke, wir haben ein sehr großes Spiel. Und jeder sucht... ...und so ein schwarzen Meiler, die spüren sich gerade. Mama, ich dachte, die Beier laufen hier vorbei bei uns. Es ist nicht gelaufen, aber das... Das ist eine Deierhahn. Schaut doch besser! Schaut doch mal! 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 Die kommen ja gar nicht mehr zurück! Die kommen schon! Ohhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Also die Türdrasse angewiesen, dass sie uns gemeldet werden. Wir fahren einfach raus. Mama, aber der hat da richtig so... Schau mal, wie die fängt. Wow, die hat nicht gefangen. Wir haben uns mit den Suchforsomen hier auch keine Nährung für die Falken einbezogen. Wir haben uns mit den Begeistungen etwas näher bringen. Wir lassen, dass man näher zählt. Das sind die zwei. Da sitzt sich beide auf der Mauer. Wir kommen wieder zur Reifschule auch zum Ende der Flugflug. Wir hoffen, dass es Ihnen noch gefallen hat, dass Sie keinen Eindruck gegeben haben. Wir werden den Reifschule besucht und wünschen noch einen angenehmen Aufenthalt und eine gute Einreise. Wir werden den Reifschule machen. So, und dann zurück in die Realität. Wir werden den Reifschule machen. Wir haben den Reifschule. Wir werden den Reifschule betreffen. Mama, wir wollen jetzt sehen. Wir schauen auf die Pugel. Alle Pugel, okay? Ich will aber noch ein Museum. Ja, wir schauen. Puckuckuck! Dekot, kasiag-mata langsah. Kulap Kulap lang. Na, sabaan kain na siya. Sabaan kain na siya, ganier na siyang kasaba. Gusto gut ninyo magpa-picture. O, dara, o. Tanay mo, pictura na ka. O. Pwak, 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 pwak. Sie, pukag panghingo to. Dara, o, picture na. O, smile. O, naka-picture na ka. O. Picture na. So, sa'yo, is nabiro ka. Ayaw, din mo tanaw. Is nabiro. Wala pa ni Uli, ag-usa lang. O, no, pa-picture na. O, dara. Uy. O, dara, smile. O, very good. Very good. O, katupo sa. Very good. O, garaon ka. Ayaw. Very good. I-clap in mong hands lang para, para kung ano na isa. Malipay mo na sila. O, very good. O, asam kalupad nga, din mo kalupad kayo na mo kay Pisik. Very good. Garaon ka ni siya lang sa, ganahan ka siya pakita nga. O, garaon ka lang, o, garaon ka lang sila lang. O, susu, 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 susu. Pakita po siyang fogel. O. 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 O galupi. Ja, in der Bühne. Hast du ja auch, dass das nicht... dass der nicht dein Handy klappt? Na, die Tannung ist ja noch so lang. Immer nicht, dass der nicht dein Handy klappt. Ja, später kannst du. Hallo! Hallo, hallo! Oh, Nathan auch. Ja, das ist ein Wildcat Langa. Wildcat ist das. Ja, das ist ein Wildcat. Das ist ein Wildcat. Das sind alles reale, Mummels. Ja, Mummels. Ja, Mummels. Ja, das ist ein Wildcat. Ja, das ist ein Wildcat. Ja, das ist ein Wildcat. Vielen Dank.